Willkommen im Blockhaus, wieder mit dabei Luna. Heute sprechen wir mal über die technischen Details der Fahrassistenzen im Polestar 2. Was bekomme ich eigentlich alles? Ich muss gestehen, der Polestar 2 ist tatsächlich der erste Wagen, der mit einer umfangreicheren Fahrassistenz ausgestattet ist, als ich es bisher gewohnt bin. Ich kannte von Volvo ja schon den Notfallbremsassistenten, um eine Fußgängerkollision zu vermeiden, doch hier muss ich gestehen, dass er meist in Situationen abrupt abgebremst hat, wo ich es nicht erwartet habe. Ich sage nur, kleine Büsche an Parkbuchten. Von daher bin ich ein wenig skeptisch gegenüber dem autonomen Fahren oder aber gegenüber zu vielen Fahrassistenzsystemen. Bei unserer E-Cannibal-Fahrt zum Beispiel mit dem Hyundai Ioniq habe ich meinen Bruder gebeten, den Spurhalteassistenten auszuschalten, da das Fahrzeug und ich irgendwie nicht miteinander harmonierten. Also es war immer ein Gegeneinander. Nun kommt der Polestar und er wird so einige Fahrassistenzen mit an Bord haben. Auf dem vergangenen Webinar vom Polestar wurde gesagt, es ist alles darauf ausgelegt, das Autofahren reibungslos, einfach und sicher zu gestalten. Da bin ich persönlich aber gespannt, ob mich diese Fahrassistenten unterstützen oder ausbremsen werden. Doch schauen wir uns einmal an, was der Polestar 2 bietet. Vieles kennt man ja bereits aus anderen Fahrzeugen. Dennoch zählen wir einmal auf, was so alles enthalten ist. Fahrerunterstützungssysteme wie Tempomat, Abstandshalter, Einparkhilfe, Pilotassist, Adaptive Cruise Control, Todwinkelassistenten mit Lenkhilfe, Querverkehrwarnung mit automatischer Bremsfunktion, Heckkollisionswarnung und Minderung, Kollisionsvermeidung und Minderung durch Bremsen und Lenken, Spurhalteassistent, Verkehrsschildinformationen, Geschwindigkeitsbegrenzer mit adaptivem Tempomat, Driver Alert Control, Avers bei vorwärts und rückwärts fahren, automatisches Bremsen nach dem Aufprall oder nach einer Kollision, 360 Grad Rundumsicht, vordere Einparkhilfe, hintere Einparkhilfe und nicht zu vergessen Signalhorn. Wenn man sich das so anschaut, könnte man meinen, dass man eigentlich vom autonomen Fahren sprechen könnte. Doch da muss ich enttäuschen. Der Polestar 2 ist hierfür nicht ausgelegt. Hier handelt es sich wirklich nur um unterstützende Assistenzen, die der Unfallvermeidung dienen. Dennoch glaube ich schon, dass sie auch Einfluss auf meinen, sagen wir mal, Fahrstil nehmen werden. Zudem sind hier keine Besonderheiten aufgezählt. Diese Assistenzen kennen wir zu Genüge aus anderen Fahrzeugmodellen. Wäre da nicht, dass der Polestar 2 mit dem neuesten Kollisionsminderungstechnologie-Kit des Automobiltechnologieunternehmens VIONEER ausgestattet ist. Demnach starrt eine an der Windschutzscheibe installierte Einzelbildkamera konstant auf die Straßenoberfläche und ein Frontradar testet die Umgebung ab, um in Zusammenarbeit mit der elektronischen ADAS-Steuereinheit die entsprechenden Signalwarnungen und somit Kollisionsvermeidungen an das Fahrzeug abzugeben. Somit werden fahrzeugspezifische Daten aus der Umgebung gesammelt, um den Fahrer bestmöglich zu unterstützen und potenziell gefährliche Situationen frühzeitig zu vermeiden. Ich kenne solche umfangreichen automatischen Bremssysteme noch nicht. Dennoch hoffe ich auf eine Unterstützung und positive Fahrerfahrung während der Tour mit dem Polestar 2. Autonomes Fahren kann der Polestar 2 somit nicht. Dies scheint wohl erst mit dem Polestar 3 und der dort verbauten LIDAR-Sensortechnik möglich zu sein. Dennoch freue ich mich, all diese Assistenzsysteme einmal auszuprobieren und mit einer eigenen Erfahrung zu Fahrassistenzen neue Erkenntnis zu erlangen. Denn bisher war ich immer der Boss im Auto, wenn ich gefahren bin. Und das klappte eigentlich ganz gut. Ob der Polestar 2 mit seinem Können und ich ein gutes Fahrteam sind oder ob in meinem Benutzerprofil die meisten Assistenzsysteme ausgeschaltet werden, kann ich erst nach einigen Fahrten bestimmen. Also, seit nächste Woche wieder dabei, vielleicht mit Neuigkeiten zu meinem Lieferstatus. Ich stöbere noch ein wenig weiter in der Bedienungsanleitung, denn es gibt noch das ein oder andere, was mein Interesse geweckt hat. Da mal genauer nachzulesen. Das Webinar vom Polestar habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Viel Neues erfahrt ihr dort nicht, aber den Hunger nach Informationen und Stimmen zum Polestar 2 könnt ihr dort stillen. Oder ihr schaut im Polestar-Forum vorbei. Dort berichten die Vorbesteller von ihrem aktuellen Status und Neuigkeiten aus dem Hause Polestar werden dort ebenfalls verlinkt. Danke für Schauen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu drücken, um beim nächsten Mal direkt informiert zu werden. Bis dahin, liebe Grüße aus dem Blockhaus. Tschüss!